hallo und herzlich willkommen zu einer neue folge von minecraft wo es eine version 1.6.2 gibt die ich aber angetestet habe ja auf ein anderer konto also und da konnte ich das mit dem shader und so nicht hinbekommen oder ich habe es nicht hingekriegt und deshalb spiele ich hier noch ein bisschen die alte version bis das mit dem shader und so einigermaßen gefixt ist oder zumindest dass ich es hinkriege was heißt gefixt und deshalb so und deshalb lasse ich es erstmal ich spiele noch mit der alte version obwohl das die version 1.6.2 geht ich freue mich schon auf pferde muss ich ehrlich zu geben so und ich kann mich noch erinnern das letzte mal weiß so demotiviert so jetzt schon ein paar steine ich weiß nicht wie viele wir noch für unseren ton brauchen aber vielleicht aber schon eigentlich sogar genug für den turn so vier mal einmal zweimal dreimal eigentlich brauche ich noch kohle und so ja also also langsam wird die kohle knapp so so es brennt ok so ja letztes mal war ich ein bisschen doch ziemlich enttäuscht ich glaube man könnte das in dem video richtig hören aber jetzt sind wir guter zuversicht ein baum ist ja auch oben schon fertig oder ich glaube mein baum ist schon fertig die hatten wir doch so kleiner raum gemacht genau damit ich schlafen kann hallo ich habe eine rüstung gut ich habe eine rüstung ja der hat immer noch oh ok schön schön ich bleibe hier oh ein creeper schon wieder so ein konnte mich gleich begrüßen ja nein bleibst du da ja stamm solche teiner art würde ich gern ausrotten ja man hat mir geschrieben ich soll mal katzen holen aber dafür muss ich erstmal hochkommen beziehungsweise ich möchte eigentlich zuerst mein magietum fertig kriegen und da möchte ich ein ender portal haben ja alles in dem magietum natürlich mit bücher was war das oh mein bäumchen das freut mich ich muss ja ich muss immer auf den rücken aufpassen so jetzt sind wir hier ach so etwas will ich auch machen ich möchte nicht dass mir na ich möchte dass mir nicht das gleiche passiert wie die letzten folgen so hier war es nicht was hier nein irgendwo muss es doch hier und zwar was ich brauche sind Schilder tut mir leid Leute aber ich brauche Schilder das war ja ich habe es mir angeguckt ich muss zugeben das darf nicht sein das darf einfach nicht sein so wie läuft das mit die Schilder so und dann so ja ich weiß nicht ob drei Schilder reichen so und dann mache ich lieber noch einmal drei so gut du kommst hierher so ich möchte Schilder machen und zwar ich hatte das mit den Fackeln schön gemacht aber irgendwie finde ich den Weg nicht zurück also nicht hierher so hier geht's raus so jetzt am besten hier so ein Schild oder am besten hier hin so wie nenne ich das wie nenne ich das Schild wie nenne ich das hier geht es nach oben ja wie nenne ich das Schild hmm Unterschlupf ich nenne einfach ganz originell Unterschlupf so falsch 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 so dann Unterschlupf da geht's also rein wunderbar na jetzt das Schwert wieder so dann weiß ich zumindest wo es ihm geht auch ihr so dass es nicht brennt und zwar am besten so dass es auch sichtbar ist aber hier bin ich eine potenziellere Fahr na ich habe es gehandelt ich habe es gehandelt ich habe es gehandelt ich habe extra aufgepasst so ich habe Angst dass er da brennt so Unterschlupf nein jetzt ist die andere Richtung und zwar na irgendwann schaffe ich das auch so na nicht mehr hä ach ist ja cool ist da eine Tür ist da eine Tür ist da eine Tür warum höre ich wie es knallt als wäre es eine Tür ne da bin ich schon zu weit weg da bin ich schon zu weit weg es hat sich voll angehört wie eine Tür so so jetzt damit hier niemand damit es kein Spawn gibt so das habe ich aber nicht gewusst dass die Schilder auch schräg angelegt werden können das ist ja cool so ich muss das schnell schreiben bevor es ihr Besuch gibt ab so so da geht es runter so und wo geht es hier hoch ja 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 ist doch okay ach shit seht ihr ich hätte es hier machen sollen weil da geht es raus da geht es raus das heißt ich muss hier na ich will nicht mit der Lava in Kontakt kommen so noch einmal 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 ganz langsam damit wir nicht so wieder so schnell oder so lange rumrennen müssen bis wir wieder was finden die Macht der Gewohnheit habt ihr es gemerkt die Macht der Gewohnheit oh man man noch mal noch mal so und jetzt und ich hoffe das stimmt jetzt na also so Unterschlupf Unterschlupf schlupf 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 damals als kind damals ja also damals boah da ist das lange her ja da da muss ich also hoch und ich hätte gern hier am besten hier so ein Schild das ganze noch einmal muss ich aufpassen dass ich wirklich nicht unter Unterschlupf ja seht ihr Moment 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 Toll Ich will so jetzt erst mal nein So, bisschen durcheinander So, so, so und down Da geht's dorthin Ich hoffe, ich habe genug Schilder dabei Jetzt sind schon drei weg Das Schwert gezückt halten Ne Spinne Warum kommst du nicht? Du feige, du Ja, kommst du So, ich war sehr oft dir Wisst ihr noch? Und ich habe immer gesagt, nein, nein Ich bin schon wieder falsch Und dabei war ich die ganze Zeit richtig So Ja, ja Wenn man mit dem Kopf nicht bei der Sache ist Dann rächt sich das Na So Okay Muss ich auch nur aufpassen Dass ich nicht einfach denke Juhu Runter Okay Und hier geht's jetzt hier raus Da kann ich ja jetzt nur hier hin So Und eigentlich hätte ich was machen können Und zwar Okay, da geht's nicht hin Ich kann nur dorthin Was gibt's da oben? Ah ja, die Pilze Gut So Hier soll ich hin Nochmal ein Schild Ich muss das irgendwie, glaube ich Irgendwann mal anders benennen Und das Schlupf hört sich ein bisschen Sehr Sehr Na, wie soll ich sagen? Sehr innovativ an Mit einem einzigartigen Namen So Und jetzt hier sind wir in dem Punkt Wo man eigentlich nur rauskommen können Oder? Jups Genau so sieht's aus So Und ich bin schon wieder falsch, oder? Ne Ich bin richtig Ich muss immer wieder aufpassen Ich habe doch nur noch ein Schild So Wenn ich von da komme Muss es am besten so gut sichtbar werden Ach, da brauche ich ja nichts Und der Schlupf Da geht's runter Dann Und wir sehen uns dann from Ich bin. Und ich bin. Dann chimney Getsch Doo Ich bin. Ich bin.